Mie, 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 hooo. Eine junge Frau mit dunkelroten Locken und Nasenpiercing ist in ihrer Wohnung zu sehen. Einblendung Kübras Vlog. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kübra und ihr seid auf meinem Vlog gelandet. In diesem Vlog zeige ich euch, wie ich lebe, zur Schule gehe, was? Was für Schule? Hä? Also wenn überhaupt, dann in die Uni. Also ich wohne in einem Studentenwohnheim in Bochum. Ich studiere Heilpädagogik jetzt schon fast seit 6 Jahren. Neben meinem Studium habe ich noch einen Minijob für einen Assistenzdienst oder bin Performerin bei der Performance-Kompanie Doris Dean. Meine große Liebe. Ansonsten bin ich Moderatorin. Falls ihr Autogramme haben möchtet oder so, ne, schreibt mir einfach und dann mache ich das schon. Voll so die Traumwelt. Nein, Quatsch. Ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen zu ganz vielen Dingen, die ich so erlebe und hoffe, dass da das ein oder andere Spannende für euch dabei ist. Mit einem E-Rollstuhl fährt Kübra aus dem Eingang ihres Studentenwohnheims. Hallo ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal, wo ich hier eigentlich wohne. Das hinter mir ist das Studentenwohnheim, wo ich lebe und hier wohne ich seit ungefähr 6 Jahren. Mit mir wohnen ganz tolle Menschen in diesem Haus. Ich habe ganz enge Freunde dort. So, dann seid ihr jetzt hier mitten in der Hood von mir. Warte, andersrum, Kamera drehe ich andersrum. Guck mal, hier ist mein Ghetto. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Das sind die ganzen Hochhäuser. In einer Fußgängerzone. Ich führe euch jetzt in das Unicenter, wo ich täglich einkaufe und meine Erledigungen mache. Das ist echt so ein kleines Dörfchen, wo man eigentlich alles findet. Selbst wenn du irgendwie für den Sonntag nicht eingekauft hast oder so. Hier kaufe ich immer ein. Und da, wo ich wohne, ist auch quasi, ich glaube, die größte Uni NRW ist, glaube ich, die Ruhr-Universität Bochum. Und da nehme ich euch jetzt auch mit hin. An der Haltestelle Ruhr-Universität begibt sich Kübra in einen Aufzug. In diesem fährt sie nach unten. Vor mir seht ihr die Bibliothek, die Universitätsbibliothek. Hier rechts ist das Musische Zentrum. Da habe ich auch schon ein paar Auftritte gehabt. Sei es mit Doris Dean, mit meiner Performance-Kompanie oder auch mit dem Theater Hagen. Auf jeden Fall nehme ich euch jetzt mit zu meinem Lieblingsplatz hier. Da gehe ich eigentlich immer so hin, wenn ich ein bisschen relaxen möchte und mir der Tag irgendwie ein bisschen zu viel war. So, und jetzt drehe ich mal. Haltet euch fest, Leute. Das ist der krasseste Ausblick. Ich würde behaupten, in Bochum. Da. Kameraschwenk über eine grüne Höge-Landschaft. Und hier kann man echt einfach mal die Seele baumeln lassen und einfach chillen. So, ich gehe jetzt noch eine Runde einkaufen, weil ich das ganz vergessen habe irgendwie. Kübra steuert ihren Rollstuhl durch Supermarktgänge. Ratet mal, was es gibt, wenn es schnell gehen muss. Richtig, eine Teamkühlpizza. Manchmal ist das echt ein bisschen gefährlich, wie ich durch die Gegend fahre. Aber, Zeit ist Geld, Leute. Zeit ist Geld. Sie schlängelt sich an Kühlregalen vorbei und erreicht die Kasse. Eine Frau läuft in Kübras Weg. Na, ich wollte mich nur anstellen. Vor dem Supermarkt. Kennt ihr das, wenn an der Kasse so viele Menschen sind und dann die nächste Kasse aufmacht und alle Menschen stürmen dahin? Mit dem Rolli ist das halt voll schwierig, immer da irgendwie sich durchzumogeln. Und dann schafft man das halt manchmal nicht. Und dann bin ich manchmal so frustriert. Vorne an Kübras Rollstuhl ist eine kleine schwenkbare Kamera angebracht. So, Leute, das war die erste Folge meines Vlogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat und was euch eher nicht gefallen hat. Womit habe ich euch eventuell gelangweilt? Was würde euch für die Zukunft viel, viel mehr interessieren? Welche Themen interessieren euch? Was würdet ihr gerne von mir erfahren wollen? Schreibt mir das alles in die Kommentare, damit ich das für die nächsten Folgen mit einbauen kann. Ansonsten bis nächste Woche. Schaltet ein!